Hallo ihr Online-Raketen, ich bin's wieder, euer Markus, seid ihr grüßt und heute geht's ums WordPress einrichten und eine weitere Möglichkeit, die du dafür nutzen kannst. Viel Spaß bei meinem Video. Hallo und herzlich willkommen. Ja, wenn du dich in diesem Bereich ein bisschen auskennst, dich mit diesem Bereich schon ein Stück weit beschäftigt hast, dann wirst du sicherlich wissen, dass es mehrere Möglichkeiten gibt, um letztlich deine WordPress-Seite oder WordPress einzurichten, zu installieren. und deine Seite damit auch letztlich zu erstellen. Im letzten Video und auch im letzten Beitrag, das Video habe ich dir am Ende hier verlinkt, dort siehst du, wie du in meinen Augen den leichtesten Weg nutzen kannst. Das heißt also, das ist am entspanntesten, das geht auch am einfachsten und da geht es natürlich um die Einklick-Installation, Einklick-Variante. Das bieten natürlich extrem viele Hosting-Anbieter mittlerweile an, aber wie gesagt, die Entscheidung letztlich, welchen Weg du nutzt, obliegt natürlich dir ganz allein. Ich habe dir unten in dem Blogbeitrag, habe ich dir ein Video im Text mit verlinkt. Dort findest du die Möglichkeit oder dort siehst du eine Möglichkeit, wie du das Ganze über deinen Server hochladen kannst oder sprich über den, über ein, ja, ein Online-FTP-Programm hochladen kannst auf deinen Server. Das Video ist von Carlo Siebert, das ist wirklich sehr, sehr genial erklärt, Schritt für Schritt wunderschön erklärt. Kannst du dann natürlich definitiv auch nachmachen. Ich gehe in dem Beitrag, gehe ich auf eine ganz, ganz große Fehlerquelle ein. Das möchte ich auch hier im Video ansprechen. Die größte Fehlerquelle, die dir letztlich bei der manuellen, in Anführungsstrichen, manuellen Installation passieren kann, ist letztlich, wenn du die Config-Datei oder wenn du die, ja, die Daten, die du dort einfügen musst, fehlerhaft einfügst. Aber wir machen erstmal alles Schritt für Schritt und ganz von vorn. Um letztlich natürlich, also das Video, was ich dir unten verlinkt habe, das zeigt eine Möglichkeit. Eine weitere Möglichkeit ist natürlich, dass du es selber machst über den FTP-Server oder über den, über FileZilla. Auch dieses Tool habe ich dir unten in meinem Blogbeitrag verlinkt. Da ist es ganz einfach so, du lädst es runter, du meldest dich mit deinen Zugangsdaten zu deinem FTP-Server an. Dazu habe ich dir eine kleine Schritt-für-Schritt-Anleitung, ja, unten in meinem Beitrag mit verlinkt. Das heißt also, du findest alles, was du letztlich brauchst, um deine, ja, um WordPress letztlich manuell einzurichten. Das findest du alles unten in meinem Blogbeitrag. Du kriegst eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, du bekommst ein Video zu einer, ja, einer etwas abgewandelten Form von Carlo Siewert in meinem Beitrag. Dann bekommst du quasi, wie gesagt, ja, die Fehlerquelle. Aber wie gesagt, darauf gehe ich jetzt gleich noch ein. Also hast du dieses Tool runtergeladen, wie gesagt, ich kann dir nur von dem erzählen, was ich nutze. Ich nutze FileZilla. Hast du dich da mit deinen Zugangsdaten quasi, ja, eingeloggt. Dann ist es letztlich so, WordPress runterladen. Diese Datei letztlich entpacken. Und jetzt kommen wir zu einem Punkt, den du entweder machst, bevor du es quasi auf deinen Server hochlädst. Oder du machst es letztlich, nachdem du es hochgeladen hast. Warum du es letztlich machst, völlig egal. Wichtig ist nur, dass du es machst. Wenn du nun die ganzen Daten hochgeladen hast, wie gesagt, das erkläre ich dir unten in meinem Blogbeitrag. Dann ist es letztlich so, suchst du die wp-config-sample-pap-Datei. So heißt die Datei. Und diese muss bearbeitet werden. Was du ausfüllen musst, das findest du wirklich detailliert unten in meinem Blogbeitrag, weil das wirklich ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist. Ich möchte hier mal auf zwei, drei Sachen definitiv eingehen. Und zwar erstens, tu dir bitte selbst eingefallen und mach einfach vernünftig und konzentriert Copy und Paste. Versuch da nicht selber was reinzutippen. Hast du einen Schreibfehler drin, funktioniert es nicht. Wenn du zum Beispiel, das siehst du unten auf den Bildern im Blogbeitrag, wenn du zum Beispiel die Apostrophe aus Versehen mitlöscht, wird auch das nicht funktionieren. Das heißt also, du musst hier wirklich Acht geben, dass du letztlich die Daten, die dort reingehören, und dazu gehört der Datenbankname, dazu gehört deine Serveradresse, dazu gehört das Passwort zu deiner Datenbank und natürlich der Benutzername deiner Datenbank. Das muss letztlich in diese Config, in den jeweiligen Codezeilen eingefügt werden. Dann, keine Angst, Codezeile, da war bei mir früher zum Beispiel immer so, dass ich da sofort Speispellen auf der Stirn hatte. So schwer ist es nicht. Du nutzt zum Beispiel, wenn du einen Windows-Rechner hast, nutzt du Notepad. Wenn du ein Mac hast, also einen Apple-Rechner hast, dann empfehle ich dir auf jeden Fall Brackets. Das ist super genial. Also Brackets ist super genial, super einfach, weil das alles schön farblich kenntlich gemacht ist. Und gerade in der Datei ist es halt letztlich so, du siehst sofort farblich, was du ausfüllen musst oder was geändert werden muss und kannst letztlich die Daten dort eintragen. Das ist auch wunderschön oben drüber immer erklärt. Ich möchte trotzdem nochmal sagen, achte bitte darauf, dass du das wirklich eins zu eins kopierst und auch wirklich eins zu eins einfügst. Keine Apostrophe löscht, nichts an irgendeiner anderen Codezeile machst, weil das wird letztlich dazu führen, dass wenn du diese dann wieder hochgeladen hast, also gespeichert hast, dass es letztlich dann nachher zu Fehlern kommt. Und es wird dann so aussehen, dass wenn du jetzt der Daten falsch eingefügt hast, dass er dir sagen wird, okay, du hast jetzt zwar alles eingefügt, du hast auch die ganzen Daten hochgeladen, also sprich die ganzen Ordner und die ganzen Dateien. Aber er findet halt keine Verbindung zu deiner Datenbank und genau das ist nämlich immer die größte Fehlerquelle, die letztlich bei der manuellen Installation passieren kann. Das kann dir letztlich nachher bei der Ein-Klick-Variante kann dir das nicht passieren, weil du dafür eine extra Seite bekommst, wo du das ausfüllen musst. Du musst nicht in diese Code-Datei rein, musst sie also nicht bearbeiten und somit letztlich kannst du dann, deswegen sage ich, das ist der angenehmste Weg mit dieser Ein-Klick-Variante. Aber wenn du gerne manuell arbeiten möchtest, das Ganze selber ein Stück weit in der Hand haben möchtest, dann wie gesagt, musst du vorbereiten. Du brauchst FileZilla, du brauchst WordPress und du brauchst ein Bearbeitungsprogramm für eine PHP-Datei. Hierzu würde ich, wie gesagt, empfehle ich dir für WordPress, äh Quatsch, für WordPress, für Windows, empfehle ich dir auf jeden Fall Notepad und wenn du einen Apple-Rechner hast, dann empfehle ich dir auf jeden Fall Brackets. Hast du diese Vorbereitungen getroffen, ähm, wie gesagt, FileZilla verbindest du dann mit deinem Server, danach lädst du die Daten hoch und wie gesagt, das ist das, was ich vorhin schon angesprochen habe. Entweder bearbeitest du die, äh, Config-PAP-Datei, bevor du deine Daten hochlädst oder eben nachdem du sie hochgeladen hast, wie rum, hier letztlich machst du es völlig egal. Hast du das alles vernünftig abgeschlossen und, äh, hast auch deine Daten richtig eingegeben, dann rufst du letztlich nur noch deine Domain auf und kannst letztlich die Installation abschließen, indem du deiner Webseite einen Titel gibst, ähm, einen Benutzernamen festlegt. Hier bitte Achtung, ähm, das bitte nicht vergessen. Hier solltest du keine, ja, Fantasiedaten nutzen, weil den Benutzernamen kannst du nicht mehr ändern danach. Das heißt also, ähm, wenn du dir deinen Benutzernamen, würde ich sehr, sehr leicht wählen, weil das ist auch der Benutzername, mit dem du dich ja nachher immer wieder anmeldest. Ähm, auch bei der E-Mail-Adresse ist es letztlich so, nutze hier wirklich deine E-Mail-Adresse, die du, äh, weil du bekommst alle Informationen von WordPress, die du letztlich, ähm, ja, bekommen kannst, bekommst du dann an diese E-Mail-Adresse. Das heißt, wenn jemand ein Kontaktformular ausgefüllt hat, wenn irgendwelche Sachen an deiner Seite, äh, an deiner Seite ist, dann bekommst du hier letztlich die E-Mails. Beim Passwort, ja, gut, dazu brauche ich nicht viel sagen, wähle hier natürlich ein starkes Passwort. Wenn du ein schwaches Passwort, äh, wählst, das siehst du dann unterhalb, äh, der, äh, äh, vom Passwortfenster, wenn du ein schwaches Passwort wählst, dann musst du das letztlich nochmal bestätigen, das ist letztlich, ja, dass du es dennoch so nutzen willst. Ja, und dann eigentlich nur noch auf Los geht's und dann wird deine Seite schon aufgerufen und du kannst dich dann anmelden und bist dann im Backoffice oder im Backend von deiner WordPress-Seite, die in diesem Augenblick dann auch schon live ist. Ich möchte dir eine kleine, ähm, ja, eine kleine Vorschau geben auf das, was jetzt kommen wird. Ich werde mit dir in den nächsten Beiträgen und auch in den nächsten Videos, ähm, werden wir uns ganz intensiv mit dem Backend beschäftigen. Das heißt also, ich werde dir dein Backend zeigen, wir werden jeden einzelnen Punkt, ähm, ansprechen, ich werde dir sagen, was sich dahinter verbirgt, ähm, was du letztlich auch dahinter tun kannst. Das heißt also, die nächsten Beiträge drehen sich dann alle um das Backend und erst, wenn wir damit durch sind, fangen wir dann an, in die Praxis zu gehen. Das heißt also, ich zeige dir, wie du Seiten erstellst, ich zeige dir, äh, wie du Menüs erstellst, was du bei der Menüerstellung beachten musst und, ähm, dann natürlich auch, wie du Beiträge erstellst und alles, was dazu gehört, ähm, das machen wir dann, wie gesagt, alles Stück für Stück danach. Ja, ich bin dann soweit durch heute, ich hoffe, dir hat das Video gefallen, ich hoffe, dir haben die Tipps gefallen, wenn das so ist, dann lass mir einen Daumen da, denn der tut nicht weh. Wenn du mehr von mir erfahren willst, mehr Videos von mir sehen willst, die Serie nicht verpassen willst, dann abonniere meinen Kanal, aktiviere die Glocke, denn dann wirst du benachrichtigt, wenn ich ein neues Video online stelle. Ich wünsche dir auf jeden Fall ganz, ganz viel Spaß beim Blogbeitrag lesen, ganz, ganz viel Spaß beim Wissen aneignen und denke immer dran, angewandtes Wissen ist gutes Wissen. Ich bin durch, bin raus, sei gegrüßt, dein Markus, das war mein Video, WordPress einrichten, eine weitere Möglichkeit für dich.